Hey, es hat sogar richtig geklappt. Es hat richtig geklappt, es hat geklappt. Easy. Yay. Ja, ja, schon gut, Glados. So. Yay. Mein ganzes Leben schien sich plötzlich unglaublich schnell von meinen Augen abzuspielen. Ich sah die Vergangenheit, an die ich mich schon sehr lange nicht mehr erinnern konnte. Später war ich mir sicher, ein Kind gesehen zu haben. Dieses Kind lief auf nackten Füßen durch den strömenden Regen. Es scheint ziemlich verrückt, aber ich glaube, dieses Kind ist den weiten Weg gelaufen, um für mich eine Kerze zu entzünden. Doch es war so stürmisch, dass diese Kerze immer und immer wieder erlosch. Das wird wohl heißen, dass hier ist die letzte Stage. Wo bin ich? Der Generator arbeitet nicht und das wird er wahrscheinlich auch nie tun. Mhm. Hm. Ja. Gerade hat sich die Tür noch bewegt und da ist das vorige Schloss durch die Tür geglitscht, aber... Lassen wir das? Ich brauche irgendein Objekt, das ich werfen kann. Da hinten ist eins. Ja, das war klar. So, jetzt haben wir in den anderen Teilen schon genug gehabt. Okay. Ja, ja, Philipp kann das jetzt auf einmal ganz einfach herausnehmen. Wow! Äh, ich häng irgendwo drin. Okay. Doch nicht. Ich war einfach nur geduckt. Schön, ich glaube, das Wasser ist, ja, elektrizisiert. Da war es da. Elektrisiert. Es ist elektrisiert. Epic Fail. Aua. Oh, doch nicht. Okay, ist doch nicht elektrisiert. Hä? Hallo, ist überall Strom, Junge. Der Computer muss funktionieren. Wie komme ich jetzt da ran? Äh. Ich würde sagen, da mache ich ein bisschen Trickschen. Trickschen? Ich kann da nicht wieder rein. Hä? Hä? Es tut gar nicht weh. Doch! Jetzt auf einmal. Ja, ja. Versuchen wir es. Fail. Habe ich das Spiel etwa schon wieder ausgetrickst? Hä? Hä? Wenn man schnell genug springt, nimmt man keinen Schaden. Interessant. Ein kleiner Sicherungskasten. Ja, ich denke mal, jetzt sollte man erst das Artefakt holen. Den Key. Ja, aber ich habe es schon getan. Also lasse ich das jetzt einfach mal. Vielleicht geht ja der Computer jetzt aber. Aber ich gucke es nicht nach. Es würde keinen Sinn ergeben, deswegen. Oh, das hier ist aber ganz schön viel Computer-Kram. Jetzt haben wir hier einen Loster-Rett. Oh. Der ist aber schon ein bisschen runtergekommen. Der jetzt zurück, oder was? Auf jeden Fall ist kein Strom mehr. Wie ich gesagt habe. Ich werde mir die Mühe gar nicht machen brauchen. Schön. Okay. Warum ist der Schreibtisch falsch rum? Epic Fail Frictional. Ja, ich denke mal, da haben... Alter hat Frictional einfach mal Folge Epic Fail. Der sollte wahrscheinlich eigentlich andersrum sein. Ja, Pech haben ist da jetzt noch was Wichtiges drin. Ohne dass man das Spiel nicht beenden kann. Nein, so viel Pech werde ich die bestimmt nicht haben. Ansonsten muss ich immer wieder Leute umbringen. Das würde sehr blutig werden, deswegen hoffen wir einfach mal, dass es nicht so ist. Ja gut, was bringt mir das jetzt alles? Ist hier was? Hier ist nur irgendwo was, was ich brauchen könnte. Warte mal. Was zur Hölle? Was ist gerade passiert? Ich will es gar nicht wissen. Was zur Hölle passiert hier? What the hell? Okay, ich falle aus irgendeinem Grund jetzt langsamer. Wodurch ich natürlich jetzt auch nicht mehr die Treppen hochkomme. Was zur Hölle? Ich falle langsamer. Das ergibt keinen einzigen Sinn. Aber gut. Mach mal den Sicherheitsknöpsel woanders rein. Das geht sogar. Ich glaub's nicht. Der Computer geht aber trotzdem nicht. Wo ist er jetzt hin? Jetzt hab ich das Spiel tot geglitscht. Jetzt hab ich's ganz kaputt gemacht. Wie konnte er sowas nur tun? Ja, jetzt hab ich das Spiel ganz kaputt geglitscht. Jetzt nehm ich den Sicherheitsstecker weg. Das heißt, ich kann direkt neu starten, oder was? What the hell? Ich versteh dieses Spiel manchmal einfach nicht. Jetzt mein Ernst. Das ergibt alles keinen Sinn. Nichts ergibt einen Sinn hier. Nicht mal Banta-Futter. Was? Ich sag doch, es ergibt alles keinen Sinn. Aber wenn ich Glück hab, komm ich da rein. Wenn nicht, dann nicht. Ich hab kein Glück. Ich hab keine Speicherpunkte in diesem Spiel. Selbstverständlich nicht. Spielladen. Ich hab keine Speicherpunkte. Es gibt keine Speicherpunkte in diesem Spiel. Es gibt nur automatische Speicherpunkte. Loading, loading. Loading. Och, nö. Hey, immerhin hab ich jetzt wieder realistische Physik. Gut, also nehm ich mal an, dass ich jetzt oben irgendwas gemacht habe. Und das Spiel das registriert hat und ich jetzt irgendwie nach oben kommen muss. Immerhin. Schon mal ein Fortschritt. Das Problem ist, ich hab keine Ahnung, wie genau ich nach oben kommen soll. Soll ich mich warpen? Ich weiß nicht. Angesichts der Umstände würde ich's lieber wissen. Was mach ich denn? Wenn, dann darf ich nicht. Ne, das geht nicht. Das kannst du vergessen. Aber hier vielleicht. So hoch kommt der nicht. Ne, wenn du dich duckst, kommt der nicht so hoch. Und im Springen kannst du dich nicht ducken. Doof. Doof. Okay, hier ist kein Weiterkommen. No matter what. Warum sind die nicht auf? Ach, ist doch ja. Alles ist verglitscht. Nichts geht mehr. Hey, das seh ich ja jetzt erst. Warum? Warum? Ich hätt mir doch so einen tollen Vorteil erreichen können. Äh, erlangen können. Wenn ich diesen Physik-Bug ausgenutzt hätte. Ach, egal. So spiel ich immerhin jetzt fair. Yay. Was ist hier? Okay. Das ganze System ergibt grad keinen Sinn. Egal. Vielleicht die Stromversorgung. Hä? Hab ich das nicht eben angemacht? Das hatte kein, keine Daseinsberechtigung. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich einfach mal sagen, das Spiel ist wirklich geglitscht. Also, Spiel laden. Also, Spiel laden. Abschluss laden. Aua. Jo. Jo. Was ist das denn für ein Safe? Was ist das denn für ein Safe? Speichert der einfach mal im elektrisierten Wasser. Was soll denn da ist? Was soll denn da ist? Also, ich glaube, ihr tagtet langsam. Aber richtig, ja. Nein, lass das. Hallo? Da rein. Dankeschön. Ich werde kein Schmerzmittel zu mir nehmen. Ach komm, ich nehme Schmerzmittel zu mir. Wozu habe ich sie denn? Ich bin immer so sparsam. Das geht gar nicht. Warte mal, wenn es auf derselben Ebene ist, dann ist das eigentlich... Sehen wir gleich. Hey, jetzt geht's. Schön. Ja, also war es eben gerade wirklich ein Glitch. Okay. Hey, jetzt geht's immerhin. Auch wenn es keinen Sinn ergibt, weil das eigentlich auf derselben Ebene ist, aber hey. Das ist Penumbre. Moment, es ist auf derselben Ebene, aber es macht doch gar keinen Unterschied. Die Stecker sind doch nebeneinander, nicht übernehmen. Ach, geh doch weg. Sorry, halt. Was bringt mir das jetzt? Das Wasser ist elektrisiert. Was auch immer das heißt. Und? Warte mal. Ich muss... Ja. Ich muss mir irgendwie einen Weg hier raufbauen. Und zwar mit diesen Kisten. Ja, die passt da sogar rein. Das ist ja sehr schön. Ja, genau, so. Ja, jetzt ist das Spiel wieder durchschaubar. Ja, wenn ein Glitch weg ist, dann ist es durchschaubar. Nee, das ist... So, ganz vorsichtig. Einfach mal... Das anmachen. Mal sehen. So, denn jetzt kann ich diese Kiste benutzen, um da wieder hochzukommen. Und... Dann fällt einem auf, dass man nicht genug Kiste mitgenommen hat. Schön. Warte mal, das macht keinen Unterschied. Ich kann doch jetzt einfach auch immer noch... Ja, ich bin doch blöd. Warum mache ich es mir denn so umständlich? Der Gang geht doch immer noch. Das Spiel verarscht einen aber auch, ne? Man denkt, jetzt hat man was total Wichtiges gemacht. Aber das Tor hätte im Endeffekt eigentlich auch zu sein bleiben können. Nachdem man durchgegangen ist. Hä? Das Wasser sollte eigentlich jetzt nicht mehr... Warum ist das Spiel verbar? Das ergibt keinen Sinn. Das sollte nicht so sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so sein sollte. Und wenn du es mir nicht glaubst, Spiel, dann mache ich den Stöpfel einfach ganz raus. Da, was davon. Jetzt nirgendwo mehr Strom. Jetzt hat keiner mehr was davon. Wenn der jetzt immer noch an ist, dann muss jemand töten. Naja, so ist es wie immer. Ich höre keinen Strom. Was zur Hölle? Okay, wen töte ich jetzt? Ah, diesen Dr. Eminence. Den töte ich, wenn ich ihn finde. Ich bin so blöd. Ich bin blöd, ja. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Weil das stimmt. Manchmal sehe ich doch die einfachste Lösung nicht. Ja, manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das sieht sehr unrealistisch aus, aber egal. Das Gute ist, jetzt habe ich die eine Kiste nach unten geworfen. Toll. Das heißt, ich habe mir das Rätsel schwieriger gemacht. Weil ich so unglaublich intelligent bin. Die kann man nicht werfen, oder? Doch, kann man. Das ergibt Sinn, ne? So weit kann man werfen, aber so eine Batterie kann man nicht werfen. Klar. Ja, gut. Wir sind weiter als vorher. Das freut mich schon mal. Okay. Ja. Äh, bis später. Dieser Gang erinnert mich an Teil 1. Blockiert. Hey. Immerhin, das ist kein Silent Hill. Schön. Was war gerade? Das muss die Störung sein, die den Stromfluss im gesamten Gebiet kontrolliert. Sehr verwirrend. Ja. Unglaublich verwirrend hier. Es sieht ja nicht immer gleich aus. Ja. Es ist überhaupt total verwirrend. So. Blab. 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 Die kennen wir. Aber die bringen uns jetzt nichts mehr. Aha. Okay, das bringt auch nichts. Gehen wir mal hier lang. Ein Entlüftungsschacht. Wer hätte das gedacht? Das war überhaupt nicht offensichtlich. Hey, schau mal, wo wir sind. Hey, yeah. So, gibt es hier irgendwas, was ich brauche oder sowas. Ja, der Deckel ist sehr sicher verpackt. Sehr, sehr gut gemacht. Hey, das brauche ich hundertprozentig. Was steht denn da drauf? Ein Fass, Nitrogid, und ich werfe es durch die Gegend.